Willkommen in diesem schicken Ford Fiesta Titanium mit dem neuen EcoBoost Motor und 5 Türen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wisman. Der Motor dieses Fiesta ist schadstoffalm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigstem CO-Ausstoß ist die Steuer günstig. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und elektrisch anklappbar. 5 Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Die abgedunkelten Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den sportlichen 17 Zoll Leichtmetallfähigen gibt es noch ein Reserverad-Notrat. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Fahrersitze sind komfortabel und beheizt. Der Fahrersitz höhenverstellbar und mit Lendenwirbelstütze. Fußmatten gibt es dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sieben Airbag, ABS und ESP. Nebellampen vorne und die heizbare Frontscheibe. Ebenso wie der Parkpilot hinten. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem wunderschönen Ford Fiesta Titanium werden Sie viel Spaß haben. Der neue EcoBoost Motor fährt ganz toll. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.